Hallo zusammen, mich hier ist wieder heutzutage und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs und zwar würde ich euch heute wieder so einen kleinen Chief-Man Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg, füttert die Bestie und für diesen müsst ihr den hungrigen Zerstörer im Schloss Nastria auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem wir alle großen Anima-Kanister mit instabilem Ausstoß geleert haben. Wie funktioniert das? Und zwar, wir ziehen den Boss einen Ticken in die Mitte vom Raum, das macht es ein bisschen einfacher und dann seht ihr rechts und links vom Boss befinden sich jeweils drei Anima-Kanister. Diese Anima-Kanister haben wir gemarkt mit Raid-Marks, die sieht man aber so auch relativ gut. Und diese Anima-Kanister müssen wir jetzt erwischen mit einer Fähigkeit, die schimpft sich in stabiler Ausstoß, die castet der Boss random auf ein paar Spieler in der Raid-Gruppe, die kriegen dann auch schön hier so Pfeilchen drauf und die müssen sich ein bisschen absprechen und an diese Anima-Kanister ranstellen. Dann werden die nämlich auch von der Fähigkeit getroffen, platzen und wenn sie geplatzt sind, dann leuchten sie nicht mehr rot bzw. haben nicht mehr dieses rote Anima-Flüssigkeit in sich, sondern sind halt einfach entleert und dann hat man die Voraussetzungen für das Achievement abgeschlossen, wenn man denn alle sechs entleert hat. Also das kann man relativ einfach sehen, bzw. wenn man sich das Achievement rauszieht, wird es natürlich dann auch wieder weiß, wenn ihr alle von denen quasi zerstört habt. Ihr habt gerade gesehen, dass die Spieler teilweise relativ weit rauslaufen. Theoretisch kann man die auch treffen, wenn man in die richtige Richtung das Ganze dreht. Einige im Raid meinten aber, sie kriegen es nur aufkittet, wenn sie direkt davor stehen, also wenn ihr da auch Probleme habt, stellt euch wirklich direkt vor dem Anima-Kanister, dann sollt ihr auf jeden Fall platzen. Und das zweite Tipp kann ich euch noch geben, sprecht euch ein bisschen ab. Wenn sich zwei Leute auf einen draufstellen, haut die Fähigkeit natürlich wesentlich mehr raus und ihr killt euch vielleicht gegenseitig, das wollt ihr nicht, deswegen verteilt euch da einfach ein bisschen, macht es einen Ticken einfacher. Sonst müsst ihr den Encounter aber nicht anders spielen. Ja, das war es mit dem Achievement-Guide. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne beim nächsten Video wieder reinschauen. Euer Tila, bis dann. Ciao.